Inne, Mähne, Mähne und raus bist du. Leute, Türchen Nummer 9. So Leute, für alle, die eine klare Wasseroberfläche möchten und irgendwelche Pflanzenreste weg haben wünschen, heute zehnmal den Artus Skimm 250. Ihr wisst Bescheid, Tasten hauen, cool Kommentar da lassen, hoffen wir auf mein Herz und dann habt ihr heute von euch so ein Ding gewohnt. Ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns morgen bei Türchen Nummer 10. Tschüss.